Ja, die Klampen hört mir gut, finde ich. Gitarren hört mir doch ganz ordentlich, oder? No, Olaf? Ich kann das jetzt auch schon bei Tore! Du bist doch echt nur zum Schenken-Ender. Wie heißt das? Du hoch, gell? Hoch kommt vor dem Fall, oder wie heißt das? Nee, gar nicht. Hoch kommt vor dem Fall, super. Jetzt haben wir immer noch reichlich Lieder. Ich kann bald nicht mehr. Ja, das ist echt anstrengend. An der freien Luft, wir spielen sonst immer in so engen Gewölbekellern, da hast du ja quasi gar keine Luft, aber da hat man sich dran gewöhnt. Jetzt ist man hier in der freien Natur und man hat so viel Luft und man kommt gar nicht mit so recht. Ja, was soll ich denn da zu sagen? Da sollst du nichts zu sagen. Sag ein, bestätig es einfach. Jawohl, Chef, du hast recht. Jawohl, wie immer. Was ist denn da? Habt ihr Probleme, technische? Gude! Toll. Was wollt ihr noch wissen? Solange die das noch klären. Wollt ihr noch Rezepte irgendwie? Wir hatten mal vor dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir noch 23 Käsereien hier im Kreis Groß-Gerau. Jetzt haben wir noch eine, das ist doch traurig. Sag doch mal, das kann man doch nicht. Und die gute Frau Kaul, die 1813 der erste Handkäse da auf dem Mainzer Wochenmarkt verkauft hat, die wird sich ja im Sasch rumdrehen. Die wird sich denken, wo ist da mal ein ganzes Handkäse hingegangen? Aber gut, zum Glück gibt es uns ja, wir wollen so jungen Menschen wie diesem Herrn hier. Wie ist dein Name? Mensch 1. Das ist der Nick. Das ist der Nick. Der Nick Mensch 1 ist das. Du wirst mal ein ganz großer Handkäse-Esser. Das sehe ich schon. Dafür sorge ich. Ich unterstelle dir sogar, dass du schon gegessen hast. Auch wenn du nichts hörst mit deiner Muschel. Ja, okay. Gut, es interessiert sich, dann können wir das nächste Lied unbeeindruckt spielen. Was ist uns nächstes? Oh, das neue Lied. Patricia, wo ist der Jürgen? Ach Jürgen, jetzt kommt das neue Lied, jetzt kannst du es mitschneiden. Könnt ihr da nächste Woche bei RTL 2 sehen? Der Jürgen ist überall tätig. Eine unbekannte Gruppe Pratset heißen, die wir haben. Einen schönen Rock'n'Roll-Song gemacht, extra bei uns. Hier gibt es Handkäse, heißt der. Hier gibt es ja auch, das ist jetzt nicht gelogen eigentlich. Und Rainer, so. Ist auch mal schön, wenn man mal nichts macht. Samstagabend und wir sind die Welt und wir spielen auch ganz schön laut. Es geht um Handkäse und Appleboy und die Texte sind gar nicht so laut. Hier gibt es nur der Sattelhunger und alle Buden sind schon zu. Ey, macht euch keinen Kummer, denn hier gibt's was von der Kuh. Hier gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Hier gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Wir spielen jetzt schon eine Stunde. Die Stimmung ist gut. Jetzt hab ich den Text vergessen. Ach, wie das gut tut. Geht es nur, jetzt habt ihr Hunger und alle Buden sind schon zu. Doch macht euch keinen Kummer, trinkt, da gibt's was von der Kuh. Dort gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Hier gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Esst mit uns. Ja. Hier gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Esst mit uns. Hier gibt's Handkäse, kommt nach vorne und esst mit uns. Ja, esst mit uns. Nummer heute. Morgen. Ja. Das war ein recht neuer Song extra für euch. Nicht extra für euch, schon zum vierten Mal gespielt. Ich weiß nicht mehr, schon zum vierten Mal gespielt. Ja.